hallo hallo ist hier jemand also ich habe jetzt irgendwie aber sonst ist auch wieder alles klar auf der andrea doria hallo und herzlich willkommen ich bin der max und heute gibt es wieder mal ein gameplay und zwar von einem spiel das habe ich gerade beim reggie gesehen der hat das irgendwie auf facebook gepostet und habe ich gesagt das ist ja mal cool das will ich jetzt auch spielen und deswegen habe ich mir direkt gekauft das spiel heißt dead core und ich fange jetzt direkt an ich habe überhaupt keine ahnung was ich hier machen muss außer dass ich vielleicht audio ein bisschen leiser stelle so so und ich fange jetzt direkt an hier gibt es story modus speedrun achievement settings keine ahnung ich mache etwas story ja keine ahnung was ist denn da los so ein komisches spiel habe ich ja noch nie gesehen was answers was tower klein tower ich muss also hier hüpfen es ist auf alle fälle interessant nein das ist ein jump und run spiel man nennt es ja auch plattformer ein plattformer und ich habe auch gesehen man kann mit waffen irgendwie was machen ja also ich finde es sieht cool aus so interessant sag ich mal und die bewegung ist auch cool du bleibst halt sofort stehen ne also der stoppt halt sofort cool das ist ein checkpoint ich habe ein checkpoint gefunden jetzt muss ich hier hüpfen doppeljump doppeljump hallo so ja also heute mal wieder ein angespielt video ich habe das wie gesagt beim rätschi gesehen und habe gesagt das ist ja cool das will ich jetzt auch spielen und dann habe ich mir das bei steam gekauft kostet 9,90€ oder so und da habe ich hallo 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 komische geräusche so ich bin jetzt hier oben wo muss ich denn jetzt hin äh hier geht es nicht weiter ha ha ja äh irgendwie doof wo äh wie da soll ich drüber springen so weit oh okay yeah cool hier gibt es jumppads puh macht laune kann man hier auch ballern am besten gegeneinander oh 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 oooh ab geht es ich bin tot so gut Interessant, aber das sieht auch cool aus. Ich finde... Komm, ja genau. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Da hin. Okay. So, und jetzt? Nein! Auf alle Fälle sieht es cool aus. So. Kommst du hier? Hupf du da, bitte hier. Hupf du, Kleine. So, hier, wo hupf das? Nein! Nein! Also ich glaube, ich muss erst den Doppeljump... Cool. Ich glaube, ich muss erst den Job... Ich glaube, ich muss erst den Doppeljump machen. Und dann... Ah, hier geht es weiter. Okay, das war vorhin dann wohl falsch. Ähm... Okay. Das Coole ist, du kannst halt direkt in der Luft stoppen. Das ist ganz geil. Ich glaube, ich bin hier richtig. Hallo? Hierhin? Hallo, guten Tag. Egal, ich habe eine Knarre, Mann. Geil! Und jetzt, was schieße ich kaputt? Hallo? Muss ich darauf schießen? Ähä? Ähä? Interessant. Oder? Ja. Das ist wohl der Kern. Weiter geht's! Komm. So. Hui! Aktiviert. Nein! 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 Scheiße! Also, ich muss den Jumper aktivieren. Ich finde es echt cool. Es macht Laune. Und es sieht gut aus. Also, es ist jetzt sicher nicht die Mega-Grafik, aber ich finde so den Style, so mit diesen Glanzeffekten hier, finde ich ganz cool. Okay. Ah! Nein! Ich bin runtergefallen. Ist egal. Aber sonst ist ja wieder alles klar. Habe ich es jetzt irgendwann nochmal bald geschafft? Bitte vielleicht! Wird Zeit! Geht das jetzt wieder zu? Pass auf, der geht gleich wieder zu. Oder? Spark! Collect Spark! Was? Wo? Wie? Alter! Das macht Laune. Das macht echt Laune. Ah! 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 Alter! Verdammte Scheiße! Krass! Das ist echt geil. Wie kommt man denn da hin? Alter! Boah, Junge! Nein! Du musst echt... Ey! Alter! Ey! Alter! Krass! Wirklich krass! Das ist Geschicklichkeit... Äh! Wie ich es liebe! Ich habe es geschafft. Ich bin fertig, oder? Nee. Doch. Ja. Das war das erste Level. Boah, Leute. Alter, das ist krass, auf alle Fälle. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, dann mache ich einfach noch ein paar Videos. Ich weiß auch gar nicht, ob man da irgendwie auch noch ein paar andere Sachen machen kann. Auf alle Fälle sieht es interessant aus. Ich sage erstmal, danke fürs Zuschauen und immer schön einen Daumen nach oben und kommentieren und teilen und ihr wisst überhaupt alles. Ich sage Tschüss, bis dann.